heute hat eintracht frankfurt geworfen wo drei gespiele durch hat frankfurt als friedschaftsspiel ja verloren eigentlich weil sie haben auf peterschein von frankfurt viermal gewonnen 6-mal gegen spiel 10-mal gelogen viermal gemeint ich die röse sind der 14 mit spiel james mit 15 minuten gerhard und 21 in der 3 4 natürlich immer in der 4 3 in ausdicht gemacht und nach 10 minuten jovic den ausgleich gemacht hinter kaps elftemeter schießen hat erst mal joha das 1 0 gemacht dann hat jovic ausgericht und hat gerhard wieder geführt kamen wie den ausgleich gemacht hat kochee den daneben dann hat sie bitte nicht reingemacht man hat arnold den reingemacht hat philip kostig reingemacht und klaus hat ihn reingemacht